Da muss ich erst dran gewöhnen, dass das Spiel... Ja, schön. Ich habe kaum verstanden, was sie gesagt hat, weil ich gerade von Viechern angegriffen wurde, die natürlich erst dann erschienen sind, als ich mir da drin das Ziel geholt habe. Ah, das ist es ja gerade, weswegen man da nochmal drauf tritt. Weil die Viecher immer nochmal aufstehen könnten. Diese Soundeffekte überall. Aber das Spiel ist tatsächlich viel zu leise, muss ich sagen. Äh, lagst du da vorher schon? Nein! Du hast da vorher noch nicht gelegen. Ja, und solange ihr noch nichts gedroppt habt, lebt ihr noch. Das war ja auch klar, irgendwie. So. Guck mal rein in den Lift. Zum Glück ist das Spiel recht schlauchartig. Also sprich, ähm, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo man längs gehen kann. Übrigens, die Fahrstuhlsequenzen sind tatsächlich getarnte Ladesequenzen. Das heißt, während ich jetzt hier im Fahrstuhl stehe und chille, lädt das Spiel gerade nach. So. Äh! Natürlich lade ich in dem Moment nach, wo der um die Ecke kommt. Ah. Kann doch wohl nicht angehen hier. Immer schön die Leichen wegkicken. Sag mal, war die Tür eben auch schon so kaputt? Oh, ein Speicherpunkt. Nutzen wir den nochmal kurz. Ja. Man soll ja häufig speichern. Nicht, dass man irgendwie in Verlegenheit kommt und dann zu viel nochmal spielen muss. Hier geht's immer noch nicht durch. Da muss ich längs. Na, da war die Tür. Woh. Da ist eben irgendein Viecher an uns vorbeigegangen. Nur das Problem ist, wenn ich die Maus schnell umdrehe... Aber jetzt funktioniert's. Aber eben hat er völlig in die falsche Richtung geguckt. Boah. Hier ist quasi so mein... mein... mein Safe... mein Safe Space. Wo man hin und wieder mal Sachen öffnen kann. Ah. Wir sind voll. Das heißt einmal... Äh... Nein? Wo waren mein Aufladen? Da war mein Aufladen. Können wir den mitnehmen? So, okay. Die warten jetzt darauf, dass wir hier einmal weitermachen. Speicherstation. Aber wir müssen hier erstmal die Platine einsetzen. Computer der Monorail-Steuerung online. Das heißt, ich würd sagen, wir lassen unsere beiden Leute da einfach mal hier. Äh... Monorail zu den, äh... Hauptdecks. Ja. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flightdeck-Station ein. Quarantäne aufgehoben. Oh, oh. Das war jetzt nicht so gut, glaub ich. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flightline schweißt. Jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kalien und bereiten Sie den Staat vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch wahnsinnhemmend. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Tötnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus. Jo. Auch noch dieses Nachgeräusch. Äh. Äh. Yay. Warum konnte ich nicht mit der Monorail fahren? Gut. Wollen wir einfach nochmal speichern. Äh. 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 So. Speichern. Hi. So. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute spiele. Mal gucken. Beim Endeffekt wollte ich das Spiel hier durchspielen. Für den Channel. Alles für den Channel. Alles für den Gloob. So. Jetzt müssen wir ja zurück. Ach. Ja. Ja. Lack die Leiche da eben schon so? Und äh. Warum liegt das da drin? Das lag da eben noch nicht drin, als wir das erste Mal hier waren. Das ist richtig, aber. Ich trete einfach nochmal drauf. Ja. Cut off their limbs. Ja. Dann würde ich sagen, einfach mal wieder in den Fahrstuhl. Das Glas lag da doch eben noch nicht. Aber es ist irgendwie dieselbe Schmiererei auf der Fahrstuhltür. Kann es sein, dass irgendjemand auf jeden Fahrstuhl, auf jede Fahrstuhltür dasselbe draufgeschrieben hat? So graffitimäßig? Ich weiß es nicht. So. Zur Fluglounge. Ja. Wolltest wohl, dass ich Munition verschwende, was? Ach so neblig hier. Sag mal. Wo will denn das Viech hin? Und vor allen Dingen. Warum komme ich da nicht rein? Ja. Hau bloß ab, Junge. Ah! Na toll. Der wollte mich nur ablenken, damit ich seinen Kumpel nicht sehe. Wie der sich hinten, von hinten anschleicht. Kann er wohl nicht angehen. Nee, nee. Was seid ihr für zwei durchtriebene Viecher? Vor allen Dingen, was ist das hier für ein Partylicht? Ein Strohboot. Party! So. Ja. Aus diesen ganzen Löchern kommen sie gekrochen. Irgendwie. Isaac. Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albturm hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ja. Jetzt können wir endlich stampfen. Jetzt kann ich ja hier endlich... Wo sind... Da hinten war die Kiste. Oh! Inventar ist voll! Ich kann noch nachladen. Ich kann noch nachladen. Yes! Wuhu! Ich konnte es mitnehmen! Haha! So, dann einmal kurz speichern. Boah! Ja. Überschreiben. So. Das ist echt ewig hier, dass ich das spiele. Toll. Wenn ich das kaputt mache, dann kriege ich nicht, was da drin ist. Das liegt da. Uh, Credits. Die können wir immer mitnehmen. Wie ist das eigentlich mit dem Inventar? Ah. Üh. Ah, mit den Num-Tasten kann ich... Stasis-Ding. Das braucht man eigentlich so gut wie nie. Weil im Endeffekt gibt es Stase immer vor den wichtigen Sachen gibt es so ein Ding zum Aufladen. Aber naja, das können wir verkaufen. Von daher... Noch haben wir ja den Shop nicht freigeschaltet. Toll. Da ist nochmal irgendwas. Ah! Stirb! Sag mal, liebst du immer noch? Jetzt halt doch mal die Schnauze hier, Junge. Kann doch wohl nicht angehen, so laut. Wir sollen das Schiff checken. Natürlich haben wir auch die Türsperren gewaltt offen stehen lassen. Was? Laden? Fragezeichen? Was sollen wir denn laden? Oh! Da hat jemand was... Oh, Medi-Pack ist voll. Ach, Menno. Ah, ja gut. Was sollen wir denn laden? Schadensbericht laden. Jup. Äh! Ups! Äh! Shit! Shit, shit! Ah! Autsch! Oh shit! Kommission in der zentralen Hangerwucht registriert. Rettungstrufs wurden informiert. Jo, ich glaube... Alter! Stirb du da hinten. Stirb! Ich glaube, unser Schiff ist damit hinüber. Was ist denn mit unserem Schiff kollidiert? Und ich konnte nur noch nicht mal die Energie nehmen. Ach, Menno. Ich wollte die Energie haben. Aber nein. Sag mal, lebst du da hinten immer noch? Stirbst du endlich? Stirb! Ich kann es nicht nehmen. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Ähm, nix. Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond. Das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Käptens. Und, wo ist der Käpt'n? Tod? Hier ist er. Käpt'n Benjamin Matthias. Aufenthaltsort? Matlab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Käpt'n, dann haben Sie auch seine RIG. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac. Ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine RIG so schnell Sie kann. Was war das? Lief. Halt. Hallo, ist los. Auf geht's. Ups. Ich würde sagen, das lief nicht so gut. Da gab es wohl gerade einen kleinen Unfall. Ah, ich will das Ding, ich kann, ich kann es nicht kaputt machen, weil, ah, dann, dann gib mir Loot. Okay, Licht geht an. Das hier ist ja immer so mein Safe Space. Hier habe ich ja immer so den Verdacht, dass hier nichts passiert. Dass hier alles in Ordnung ist. Hier passiert nichts. Bis auf das unser Shuttle natürlich, äh, zerstört wurde. Und dementsprechend, ähm, wir für immer hier festhängen, es sei denn, wir finden irgendwas anderes, um hier zu entkommen. Das ist natürlich blöd. Aber, sagen wir es mal so, wer parkt denn sein Shuttle auch in der Bucht und lässt die Türen offen, sodass die Viecher da reinkommen und, äh, dann wird auch noch drauf geschossen. Was ist da drin? Plasma-Energie? Credits. So, wo sollen wir längs? Da sollen wir längs. Das heißt, ich gucke mal kurz, was hier ist. Oh. Save your soul? Gehen wir erstmal zu den Männern. Was steht hier noch? Where is everybody? What? Here is weird noise. Let the fuck up. Keine Ahnung. Und ich glaube schon, schon ist das Video werbeunfreundlich, nur weil ich das blöde F-Wort gesagt hab. Diese Mülleimer sehen ja aus. Also wenn man da quasi gleich den Müll irgendwie wegschießt. Was? What are you... What? Blink to give up your life for? What? Wash the... Äh? Kann ich nicht lesen. Schreibt doch mal leserlich, wenn ihr schon mit eurem Blut schreibt. Was steht hier? I can't die here. Not yet. Not... Irgendwas. Eat me. They are... What? They ate you, boy. Was steht da? Dear... Gott. Dear Old Man, we are here. Also das sind schon hochauflösende Texturen, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es im Original auch schon so war. Okay, natürlich wieder mal keiner auf dem Klo. Steht auch wieder irgendwas. Beware. Don't lock. Irgendwas. Keine Ahnung. Mit F. Das böse Wort wieder. Na gut. Ich hab nichts mehr zu trinken, fällt mir gerade auf. Ich hab alles ausgetrunken. Ich glaub, ich muss gleich eine kurze Pause machen. Oh, endlich mal in einem hellen Fahrstuhl. Ja, endlich mal ein schön beleuchteter Lastenaufzug. So. Oh man. Ich hab immer Schiss in diesen Aufzügen. Aber der hier ist zu klein. Nur Aufzüge, die ein bisschen spaciger, ein bisschen geräumiger sind. Und da muss man aufpassen, weil da kann es sein, dass mal irgendwie ein Alien von der Decke fällt. Aber cool, dass man durch den Schlitz da auch entsprechend was sieht. Hätte ich das nicht gedacht. Wenn ihr in der Tafel, können die Objekte bis abnehmen, die wir bei den Shop-Inches aufrufen können. Ja. Wir können shoppen gehen. Da. Aber erstmal gucken wir, was ist hier so. Ob es hier was zu looten gibt. Aber ich sehe irgendwie nichts. Oh, das hier ist auch so eine Art Hub, an den ich mich erinnere. Ja klar, die Monorail. Genau, damit werde ich auch gleich fahren. Eine Werkbank, aber wir haben aktuell keine Tickets sozusagen. Ist da das Schiff zu Ende? Oder soll das so im Nebel verschwinden? Also für mich sieht das aus, als wenn da das Schiff zu Ende wäre. Da geht das Schiff weiter. Oder das hier ist die Endstation. Und auf jeden Fall gehen wir erstmal in den Shop. So. Ups. Bin ich gegen das Mikrofon getreten. Shop. Gucken wir mal. Plasma Cutter. Ja, können wir verkaufen. Strahlenkanone könnten wir kaufen. Ein Pulsgewehr. Anzug Level 2. Hm, für 10.000 Credits. Wir haben zufällig 17.000 Credits. Ich würde sagen, wir upgraden uns doch einfach mal. Na, außer aus dem alten Scheiß-Ding. Hat Neues viel besser. So. Haben wir hier rein und... Einmal reinschweißen lassen in das Ding. Oh, in das Alter habe ich reingeschissen. Oh, yeah. Viel geiler jetzt. Ach. Oh ja. Ich fühle mich schon viel kräftiger hier mit der Panzerung und so. Oh ja. Geil. Oh. Geiles Teil. Bin ich richtig mächtig stolz drauf. So. Da sind wir wieder im Shop. Boah. Ich bin so dunkel im Vergleich zu dem Hintergrund jetzt gerade. Aber das Spiel ist eigentlich dunkel. Ähm. Mal sehen. Luftkanister. Stase Pack. Energie. Energieknoten für 10.000 hätten wir uns kaufen können. Dann gucken wir mal im Inventar, was wir verkaufen können. Äh. Stase Pack können wir verkaufen. Ja. Verkaufen. Sicher. Plasma Cutter? Nein. Plasma Energie brauchen wir auch. Medipack Klein. Medipack Mittel. Ah. Da könnten wir jeweils einen verkaufen. Dann haben wir 13.000. Wir können in Safe irgendwelche Sachen reinpacken. Aber. Ich will so einen scheiß Energieknoten. Ja. Komm her. So. Luftkanister. Na. Plasma Energie. Hm. Na. Finden wir eigentlich aktuell genug. Das heißt. Einmal raus aus dem Shop. Zip. Äh. Wo ist der? Da ist der. Wo ist der Safe? War hier nicht auch irgendwo ein Safe Game Ding? Da ist der Shop? Hä? Was ist das rausgenommen? Hier war doch eigentlich so ein Ding zum Spiel speichern. Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt einmal auf die Werkbank gehen. Zip. Glock, Glock. Nano Schaltkreis. Plasma Cutter, Rig und Stase Modul. Rig könnten wir theoretisch mehr Luft machen. Weil mehr TP brauchen wir noch ein paar Knoten mehr. Aber. Können Plasma Cutter schon mal arbeiten. So. Einmal entsprechend. Ich will hier quasi den hier. Und dann kriegen wir einen Schaden Kapazität und noch einen Schaden mit. Jeweils. Ihr wisst schon. Ganz, ganz wenig. Äh. Ganz, ganz wenig Module. Knoten. Noten. Genau. Das kann ich nicht lesen. Das hat irgendein Alien geschrieben. Gut. Dann würde ich sagen. Geht's jetzt gleich. Einmal hier in die Monorail. Aber. Ich werde die Monorail erst nach einer kurzen Pause aktivieren. Denn ich brauche was zu trinken. Und. Ich bin jetzt schon bei. Na. Nicht ganz eine Stunde. Aber. Das sollten so ungefähr drei oder vier Folgen sein. Wie dem auch sei. Wir sehen uns dann gleich wieder. Das heißt. Äh. Dranbleiben. Für die Leute bei YouTube. Äh. Schaltet morgen wieder ein. Da kommt der nächste Teil. Und. Wenn euch das Ganze hier gefällt. Daumen nach oben. Habt ihr was zu sagen. In die Kommentare schreiben. Wer. Immer wissen will. Wann Videos kommen. Der abonniert mich. Und wer mich abonniert hat. Denkt dran. Drückt die Glocke. Ich sag tschüss. Tschüss. Tschüss.